Hallo sehr geehrte Zuschauer, schön dass ihr eingeschaltet habt. Samsung S9 hat hier voll angebrannt auf einmal was könnte helfen dass das eingebrannte nicht mehr ist oder oder hilft der nur display wechseln Sieht wirklich schlimm aus Wenn ihr welche tipps habt könnt ihr mir unter die kommentare natürlich ja schreiben So und schon bis zum nächsten mal